Nach ihrem offiziellen Liebesbekenntnis im Rahmen der Fashion Week in Berlin turteln Amira Pocher, 31, und ihr neuer Partner Christian Düren, 34, jetzt auch ganz privat in der Öffentlichkeit. Jetzt, wo die Scheidung so gut wie durch ist, scheint die gebürtige Österreicherin auf die Gefühle von Ex-Mann Oliver, 46, keine Rücksicht mehr nehmen zu wollen. In ihrer Story teilte Amira jetzt exklusiven Pärchen-Content mit dem TAF-Moderator. Die Hitze in Köln trieb die beiden Turteltauben aber nicht etwa an einen Badesee, sondern zu einer schweißtreibenden Jogging-Einheit in den Park. So sehe ich aus beim Auslaufen nach 45 Minuten Intervall laufen bei 33 Grad, schreibt die 31-Jährige zu dem kurzen Clip. In der darauf folgenden Sequenz zeigt sie sich dann ziemlich erschöpft, aber glücklich. Gekleidet in Sport-Bestillé und Leggings lehnt Amira vertraut an der Schulter ihres Liebsten. Gemeinsam strahlt das Paar in die Kamera. Das süße Selfie garniert Amira zusätzlich mit einem weißen Herz und einem laufenden Emoji. Gleichzeitig liefert es den Beweis, Amors Pfeil hat bei der Prominent-Moderatorin offenbar ziemlich ins Schwarze getroffen. Wie erleichtert die Beauty darüber ist, dass das monatelange Versteckspielen nach den eindeutigen Paparazzi-Fotos der beiden im Südafrika-Urlaub zu Beginn des Jahres inzwischen der Vergangenheit angehört, offenbarte sie kürzlich in einem Interview. Die Zeit war reif, betonte Amira und fügte noch süffisant hinzu. Jetzt muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss. Was weiterhin auffällt, im Netz ist die Zweifach-Mama noch immer unter dem Namen Pocher unterwegs. Beim Scheidungstermin vor dem Kölner Familiengericht wurde jedoch festgelegt, dass Amira wieder ihren Mädchennamen Ali annehmen wird. Dies passiert aber wohl erst dann, wenn die Ehe ganz offiziell als geschieden gilt. Laut Olli müssen dazu beiden Parteien erst noch die entsprechenden Dokumente per Post übermittelt werden.